Ein fettes Team Game of Bike. Jo Leute, heute wird ein richtig geiles Video entstehen, denn wir haben uns was Neues ausgedacht für euch. Heute gibt es ein fettes Team Game of Bike. Hallo. Und zwar einmal das Team. Wir beide sind das Team aggressive Holzfäller. Aggressive Holzfäller und das Team aggressive Schwitzer. Was sagen die dazu? Die haben unseren Namen geklaut, die haben auch den Namen aggressiv in ihrem Namen drin und das ist sehr bodenlos. Abfahrt. Ich würde mal sagen, Schnick-Schack-Schuck anfängt. Schnick-Schack-Schuck. Schnick-Schack-Schuck. Die fangen an, oder? Ja. Okay, let's go. Okay, ich erkläre jetzt ganz kurz die Regeln. Und zwar, wir haben bei der Vorgabe einen Versuch mit Berliner Regel. Das heißt, wenn man eben die Vorgabe nicht schafft, hat das andere Team die Möglichkeit, dem Team, was halt die Vorgabe verkackt, einen Punkt reinzudrücken. Also einen Buchstaben. Und beim Nachmachen hatten wir zwei Versuche. Fresh. Äh, jetzt fangen wir mal ganz entspannt an. Digga, filmst du von unten? Haha. Okay, wir machen einen X-Upright hier. Tag über die Fläche. Let's go. Jason! Jason! Jason, du machst das! Oh! 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 So Leute, also ich geb vor, so quasi von der Bank quasi, einen Dreier auf das Table daneben. Also Kleintransfer-Dreier darüber, so auf ganz easiness. Oh mein Gott! Fabi! Warum rutsch ich da weg? Warum rutsch ich weg? Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob mein guter Kollege Christian das auch machen kann, um den hier mit der Berliner Regel das B reinzudrücken. Wann sie sich äußern, wieso sie den nicht geschafft haben? Sega, das gibt's doch nicht, Digga. Warum muss ich denn da so wie so ein Pleppo hängen bleiben, wegrutschen? Ich weiß nicht so. Ah! Fabi, äh, Christian wird den jetzt auf jeden Fall nachmachen. Ja! Seht dich! Sehr gut! Zum Glück! Der war an der Stelle leider nicht, weil er hängen geblieben ist. Zum Glück hat der Name im Hinterrad aufgesetzt. Noch nie gemacht! Sega, zum Glück! Alter, wäre das jetzt ein Buchstabe gewesen. Okay, das Holzfäller-Team hat sich eine neue Challenge ausgedacht. Ja, auf entspannter Hase, ein Tobogen über die Resi-Box. Tobogen! Tobogen! Los, Yoshi! Mein Mate fährt an den Start. Yo, der war! Der war! Okay, die zwei wechseln sich jetzt ab. Fabi, zuerst der Versuch. Ja, Lenker nicht eingedreht an der Stelle. Okay, Jason ist dran, natürlich haben beide nur einen Versuch jetzt. Ja, viel zu langsam. Viel zu langsam. Shit! Erster Buchstabe! Hahaha! Zu lange nicht mehr gemacht. Jason! Ja, vor einer Woche Boxen springen gelernt, jetzt ein Bar-Spin. Bar-Spin über Boxen, leger! Also über Resi-Box. Geil! Jason, Knopper nicht! Jason, komm! Shit! Leute, ihr müsst jetzt mal reinballern, Alter! Ihr loost! Yoshi macht die Berliner Regel. Ich hab den schon mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob das Christian oder Fabian schon mal erzählt hat. Die Box wurde nicht mehr gemacht. Bisschen Scheiße. Aber was soll man tun? Shit! Habt ihr Glück gehabt! Ja! Mann, Digga, mit dem Loch, Alter! Ja, da seid ihr! So Leute, wir machen jetzt was ganz Ekliges. Wir haben hier ein wunderschönes, unbeschädigtes Obstacle. Und da machen wir jetzt ein Rock-to-Fakey dran. Und wer stecken bleibt, hat halt verkackt, ne? Digga, das ist kaputt, Digga. Wenn ich da jetzt wieder reinspringe, Digga, krieg ich Zähne! Ah, Christian, du bist ein Maker! Kein Shaker! Ein Wild! Ja, Leute! Ganz entspannt hier. Das alles hier gelöst. Fabi legt jetzt los. Yo, und runter. Und Fakey! Tschüss, Digga! Fakey, 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 Fakey! Er schafft das! Ich glaube, Andi, ich fiel bei mir mit, Digga, er schafft das. So habe ich den auch nicht vorgemacht, ne? Ja, weil es ist egal, er hat ja Rock-to-Fakey. Ja, okay. Das war ein Rock-to-Fakey. Ja, okay, dann lassen wir den. Okay, wir machen jetzt die Resi-Box. Suicide No-Hand. Aber der No-Hand zählt schon, wenn wir ihn so machen. Also ab hier zählt der. Über die Box oder auf die Box? Auf die Box. Auf die Resi-Box. Aggressiver aus Suicide No-Hand. Die beiden Dudes, die sind da am Start. Wer macht ihn? Wir machen ihn beide einmal. Ich kann nicht. Ja, wir nehmen dich! Komm, du bist meine Hoffnung! Nein! Wow! Ich hätte es ihm ein bisschen gegönnt, weil er ihn noch nie gemacht hat. Hä? Wie weit war der? Der war so, ne? Du warst so, nicht so. Scheiße! Warte, Christian, mach den nochmal, weil ich hab den nicht besser. Ich hab den bei Gott nicht besser. Und du musst aufhören. Du kannst ihn schaffen, aber du darfst die Beine nicht anziehen. Das sag ich dir die ganze Zeit. Ja, Digga! Schade. Funktioniert nicht. B für die, B für uns. Also wir haben beide hier für B. B, B, B. Bad and break this. X ab über die Hip darüber. Das Ding, ja. Aggressiv wird jetzt hier immer Jason losstarten, würde ich mal sagen. Aggressiv Oppo, Hip, X ab oder was? Oh Gott! Shit! Bi. Ja, Bi. B, I. Eigentlich kann ich Banjoba, aber trau ich mich grad nicht, deswegen Risi Banjoba. Okay. Okay. Halt rein, Halt rein! Yaa! Yaaau! Yaaau! Wir sind hier wirklich! Yaaau! Yaaau! Geil. Geil, geil, geil. Yoshi! Yoshi, du schaffst es. Ich hab's noch nie bekommen. Shit! Ja Leute. Ich glaub ich muss einen Scheiben machen, wenn ich hier jetzt stehe, dann ist das einfach Schicksal. Ich probier's für Yoshi einfach. Danke! Ist noch nicht aus die Käffe. Oh! Christian, ich setz' alles auf dich. Ja, danke, Digga. Christian, du hast ihn schon mal geschafft. Komm, jetzt. Leute, BI, BI. Scheiße, Digga. Wer muss jetzt vorgeben, kurze Frage? Ich? Nein, wir sind jetzt dran. Er hat doch gerade den Bar-Spin vorgewiesen. Alter, Fabian wieder mit seinem Riesen gehören. Ich bin actually lost. Was machst du? Ich bin schon gerne 3er, weil der Riesen übertragen. Auf jeden Fall. Oh, er hat sich auch ordentlich gemault. Auf jeden Fall. Geht? Nein, alles gut. Ich sag, das riecht nach Berliner Regel. Oha, Junge. Du hast ihn nicht gelernt, du bist weggerutscht. Das zählt nicht. Oha, jetzt gibt's hier Uneinigkeiten. Geht's wieder, Christian? Lass mich mal bitte kurz. Digga. Okay, Leute. Trotz des Sturzes gerade von Christian, dem es gar nicht gut geht, fährt Fabian jetzt die Berliner Regel aus. Ich mach jetzt die Berliner Regel. Ich probier's auf jeden Fall. Einmal den 3er dann rüber. Und danach machen wir erstmal eine kurze Pause, damit Christian sich wieder regenerieren kann. Solange Fabian hier kurz rüberfährt, mach ich kurz eine Storytime. Und zwar bin ich auch letztens hingefallen. Aber ich sag dir ehrlich, das geht bald wieder. Musst du nur um dich belieben. Wenn der 8-Jährige mit dem 18-Jährigen redet. Mhm. Ich bin knackige 14, wollte ich an der Stelle erwähnen. Fabian macht sich da hinten schon Rallye. Und jetzt geht's los, ne? Er soll nicht hinfahren, er soll einfach nicht rüberkommen. Das war ein Hänger. Das freut mich natürlich. Statement? Woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Das fragen wir immer. Aber das kann ich gar nicht so genau beantworten. Okay Leute, nach Christian seinen aggressiven Sturz. Gib Fabian mir erstmal eine richtig aggressive Line, die aggressiv flatlastig ist. Was aggressiv geil für meinen... Für den aggressiven Rücken ist. Also wir machen da hinten an dieser grünen alten Quartern Desaster. Wenn 270, aber nur wenn's ein richtiger ist, also muss schon richtig rum sein. 270 über die Hip. Und dann machen wir hier 180 auf diese... diese Table hier rauf. To half cut. Okay, let's go. Zündung. Ja Leute, ich bin groß. Ich weiß gar nicht, das tut so weh, Alter. Stasi! Oh shit! Ah! Trottap! Zählt eigentlich nicht! Wie nimmst du ohne Tap? Digga, willst du mich gerade von hinten schlachsen? Er hat ihn rumgetappt, Digga! Er muss ihn schon rumziehen. Wir machen jetzt eine kurze Analyse. Und danach kommt die Auswertung, ob das zählt oder nicht. Ja, also ich hab gefühlt kein 270 gemacht, sondern ich hab halt so ein 3er rumgetappt. Deshalb würde ich ihn jetzt noch mal probieren. Ich würde mich kurz auspositionieren. Und dann wieder auf lockere Basis mitfahren. Oh! Die Scooter-Rorde kommt! Ach, die Schöne! Die vermehren sich. Sie ist wie eine Hydra. Wenn nur ein Tönt ist, kommen zwei neue. Oh, 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 oh! Alles gut? Bist du doll hier draufgerandet, oder? Hallo, ich bin Joschi und ich mach jetzt ein Ken-Ken in der Quarter da drin. Ah! 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 Geil! Hast du abgezogen oder nicht? Ich hab ein Ken-Ken eher gemacht, hä? Ja, bist du denn der Wort! Also Fabian, mach's gut! Ich mach den nach. Der tötet sich. Jason, mach den jetzt so. Hab ich gehört. Oh, das war ein Ken-Ken. Das war der klassische eher Ken-Ken. Hast du den Ken-Ken gesehen? Das war der beste Ken-Ken, den ich je von Jason gesehen habe. So, Fabian, jetzt so. Das war leider auch nicht. Damit kriegen die auch das BIK. Und damit steht es, Gottverdammt nochmal, BIK zu BIK. Wir können das wieder aufhören. Wir gewinnen das. Hier, Leute. Jetzt Call. Na, einfach ganz basic. Okay. Ach so. Ja, okay. Okay. Die T-Mate liegt jetzt los. Das wissen sie. Wenn er jetzt verkackt, dann wird's kritisch. Oh Gott, nein. Es tut mir leid, Fabi. Ich hab bitte rausgezogen. Nein! Die Berliner Regel lassen wir jetzt mal aus. Weil sonst sind die halt raus. Und wir wollen, dass das Video jetzt noch nicht zu Ende ist. Aber, äh, wir machen jetzt hier an dieser Quarter ein Rock'n'Roll 2-Desaster. Ja, Leute. Mein Arsch brennt. Mein Ohr brennt. Scheiße. Mit der Challenge würde ich sehr gerne, wenn ich sie nicht schaffe oder Jason sie nicht schafft, verlieren. Weil das ist echt eine coole Challenge, die wir auch schaffen können. Mit der würden sie gerne in den Untergang gehen. Aber zum Team Aggressive Schwitzer muss man sagen, die hätten uns letzte Runde auch finishen können. Aber wir machen das ganz locker hier. Der Teamkollege Christian mit den aggressiven Arschschmerzen wollte jetzt diesen Trick vormachen. Habt ihr Bock? Der Mann ist ready. Der springt sich gerade ein. Die Fahrübungen. Wie sehr tut es im Arsch weh? Auf, auf. Der ist ein aggressiven Nahaufgaben. Drop, takey, drop in. Drop, takey, drop in. Ah! Er macht die Börse. Fabian, leg den jetzt direkt nach. Leute! Leg er mit. Ich kann nur noch rumpeln. Ich hab so Schmerzen. Okay, Fabian, jetzt direkt. Sind wir bereit? Ja. Yo! Stopp! Der wird, der wird Fabian. Letzter Buchstabe, drei Versuche. Nein! 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 Bruch! Bruch, Fabian. Ich dachte auch, du machst den. Digga, dein erster Versuch war so gut. Es ist vorbei. Yoshi! Wollen wir nochmal das Intro machen und sagen mit Joker? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das Team. Aggressive Holzfälle hat gewonnen. Und nächstes Jahr zum Highway. Wirst du den Baum fällen? Wir werden den Baum zum Highway fällen. Okay. Leute. War nice mit euch. Fair gespielt, ganz gut. Christian. Ich auch. Christian. Fresh. Es tut mir sehr leid. Leute. Hoffentlich. Wünsche mir gute Besserung. Ciao, ciao. 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 Ciao.